Musik Blühendes Verlangen, rasende Eifersucht, Carmen Suiter für spektakuläre 47 Schlaginstrumente und Streicher, bearbeitet von Rodion Chedrin. Die zarten Gefühle in diesem Konzert übernimmt die Oboe. Das Oboe-Konzert von Rafa und Wilms ist eines meiner absoluten Leadingstücke für die Oboe. Es ist ein bisschen anachronistisch, spielfreudig, lebendig, ein Dialog zwischen Oboe und Orchester, voller schöner, volkstümlicher Melodien. Speziell für uns schrieb der Komponist Philipp Rassin ein Oboe-Konzert. Nun irons plus pour Oboe et Orchestracord. Ich habe das Stück für Matthias Arta geschrieben und das Kammerorchester Itempi unter der Leitung von Georg Garabäckian. Feiern Sie mit uns diese wunderbare Musik. Ein neues Programm. Ausdrucksstark. Energisch. Kreativ. Ich freue mich auf das Konzert. Ich freue mich auf das Konzert. I. T. E. M. P. I. Itempi. Ich freue mich auf das Konzert. Vielen Dank.